Das sieht ja mal richtig cool aus. Wir haben ein versunkenes Schiff entdeckt. Und dreimal dürft ihr raten, was wir heute tun werden. Natürlich, wir erkunden es. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario RPG hier auf Katze. Wir sind in der Meeresgrotte und müssen jetzt einen Weg zum Schiff finden. Denn dort scheint ein neuer Stern auf uns zu warten. Also nicht ein neuer, sondern der nächste Stern. Und das Schiff, das treibt nicht einfach so auf dem Meer herum. Nein, nein, das ist ein versunkenes Schiff. Also wir erleben bestimmt ein sehr spannendes Abenteuer, da es heute mit Sicherheit auf jeden Fall auf dem Schiff weitergehen wird. So weit werden wir bestimmt kommen. Wow! Aber diese Quappen und die UW-Sterne, die sind gar nicht mal so schwach. Die gilt es als schnell zu besiegen. Mit Gino, Bowser als auch Mario. So, dann haut mal schön auf den Putz. Mario wird schön geworfen mit dem Wurfhandschuh. Einfach, klasse. Und dann probieren wir es hier mal. Oh Mann. Wisst ihr, ich fand es ja schon lustig, als Bowser mit dem Kettenhund gekämpft hat. Aber jetzt mit dem Wurfhandschuh Mario als Wurfgeschoss zu verwenden, das ist ja herzallerliebst. Sehr, sehr komisch. Und das meine ich mehr als positiv. So, bumm! Ach, bumm! Okay. Dann geht es auch schon weiter. So viele Sterne. Was gibt es hier? Oh, ein Stern! Ah, super! Neuer Level, neuer Level, neuer Level. Dreimal. Vielleicht noch viermal? Ne, leider nicht. Aber drei neue Level habe ich erreicht. Einmal für Mario. Der ist jetzt auf Level 12. Da erhöhe ich... Ja, Angriff. Die Kraft am besten. So. Hier mit Geno. Der ist jetzt auf Level 11. Lernt Geno Discus. Ein Angriff auf einen Gegner. Da nehme ich... Wow, die Magie ist nicht schlecht. Ah, KP. Nehmen wir Magie. Und noch ein Level-Up für die Prinzessin. Prinzessin Peach nun auf Level 10. Und da erhöhen wir mal... Oh, die Kraftpunkte. Genau. Okay. Das war sehr lohnenswert. So ein paar Sterne überspringe ich jetzt. Damit wir nicht irgendwann zu überlevelt sind. Das bedeutet, dass ich einfach viel zu stark bin. Und somit die Gegner keine Chance haben. Und das Spiel dann einfach keine Herausforderung mehr bietet. Zu Beginn, das wisst ihr ja, zu Beginn des Abenteuers, habe ich immer in einem Gebiet alle Gegner besiegt. Das mache ich ja mittlerweile nicht mehr. Das lohnt sich aber in anderen Spielen wiederum schon. Also in Paper Mario ist das etwas, was ich gern mache. Gerade in Teil 1 und Teil 2. Das lohnt sich. Aber hier in dem Spiel habe ich so das Gefühl, das muss nicht zwingend der Fall sein. Natürlich, wenn ihr sehr, sehr starke Figuren möchtet. Opsala. Ah, das ist der Kreis. Okay. Da schließt sich der Kreis. Wenn ihr starke Figuren haben möchtet, dann besiegt auch alle Gegner. Aber müsst ihr theoretisch nicht. Also, sagt mir mein Gefühl. Ich kann es natürlich erst am Ende des Spiels zu 100% sagen. Aber so wie das aktuell aussieht, komme ich auch gut durch das Spiel, ohne jeden Gegner besiegt zu haben. Wie auch schon auf der Sternenstraße und teilweise in Borstos Turm. Da ging es ja so langsam los. Ui. Ah, da komme ich zur Kiste hoch. Maximumpilz erhalten. Das hebe ich mir bis zum Schluss auf. Das erhöht bis... Oh, schön hier. Maximumpilz sollte, denke ich, die volle KP, also die ganzen Kraftpunkte einer Spielfigur, wieder auffüllen. Das ist sowas wie Top-Genesung in Pokémon. Oder Top-Trank. Wobei Top-Genesung noch Statusprobleme löst. Statusprobleme heilt. Dupidupidu. Ein 3D-Mario-Spiel, wenn man das so sagen kann. Es ist zumindest dreidimensional. In dem Mario unendlich lang unter Wasser sein kann. Fast schon ungewöhnlich. Normalerweise kann er das nur in 2D spielen. Aber ist ja auch egal. Ich wollte mich hier ganz kurz noch umsehen. Ich glaube aber, dass es hier gar nicht mehr so viel zu entdecken gibt. Machen wir es also kurz. Auf zur grünen Röhre. Durch den Strudel. Hat da jemand die VM-Wirrpool? Ab geht die Post. Hinein mit uns. Oh, schön hier. Ganz ohne Wasser. Warum ist hier kein Wasser eingedrungen? Hier hängt eine Logbook-Seite. Schnell lesen. Das ist das Ende. Ein monströser Riesen-Kalmar hält unser Schiff im Klammergriff. Und wir beginnen zu sinken. Ah, okay. Das war mal ein Piraten-Schiff. Uiuiui. Okay. Hier hängt eine Logbook-Seite. Die Schatzraumtür ist mit einem Kennwort aus 6 Buchstaben gesichert. 6 Hinweise muss jener finden, der eintreten möchte. Aha. Wir suchen also nach Hinweisen. Da bin ich ja mal gespannt. Was steht hier? Hier hängt eine Logbuch-Seite. 6 Hinweise warten auf dich. Ein jeder von einer anderen Person. Sicherlich völlig unmöglich zu entschlüsseln. Fragen wir doch mal diesen Knochen trocken. Ist das schon eine Person? Dachtest du etwa, du hättest nur einen morschen Knochenhaufen vor dir? Irrtum, Freundchen. Okay. Doch ein Gegner. Aber der einzige Knochen trocken, der nicht herumgelaufen ist, sondern zerbröselt oder kaputt auf dem Boden lag. Wow, Kugelblitz. Nicht schlecht. Schnitter heißt der. Schnitter klingt wie so eine leckere Schnitte. Eine leckere Schnitte wird jetzt keine Marken nennen, die man mal so snacken kann. Eine leckere Schnitte aus dem Kühlschrank. So, Knochen trocken. Wie viel haltet ihr denn aus? Ja, vorm. Wir werfen Mario komplett drauf. Ey, wie viel? Der hat ja über 400 Kraftpunkte. Was ist das? Wie viel halten die Knochen trocken aus? Hey, ich hab dem schon 600 oder 700 Kraftpunkte abgezogen. Fast 1000. Sind die Knochen trocken übermenschlich? Irgendwas mach ich falsch. Warum klappt das denn nicht? Geh endlich kaputt. Geh kaputt. Die wollen einfach nicht kaputt gehen. Aus welchem Material sind die denn? Ja gut, das sind Knochen, aber sind das irgendwie Knochen aus Stahl? Keine Ahnung. Okay, nee, Moment, Moment. Wir müssen das anders angehen. Irgendwie klappt das nicht. Da muss es einen Trick geben. Die Knochen trocken sind vielleicht immun gegen normale Angriffe. Müssen wir vielleicht Magieangriffe verwenden? Gino-Strahl. Ich probier's mal aus. Vielleicht ist das der Trick. Vielleicht haben die nur einen Kraftpunkt, aber man muss sie mit Magie angriffen. Ja, tatsächlich. Vielleicht ist das so. Jetzt noch ein Furchteinflößer. Und jetzt erschreckst du dich. Knochen trocken. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, die haben Magie-Schwäche. 100 pro. Okay, dann mal weiter mit uns. Ui, Mäuse. Landratten. Das sind Schiffsratten. Vorsicht. Warum sind die denn eigentlich so rosa? Ui, ui, ui. Und da oben haben wir Münzen. Ja, können wir mitnehmen. Münzen sind ja nie verkehrt. Oh, und hier sind die Räume mit den Hinweisen, oder? Ich muss erst mal den Tür, den Security-Mann besiegen. Den Torwächter. Oder den, äh, ja. Äh, wie heißt die denn noch gleich? Tür? Wie komme ich... Warum komme ich denn jetzt nicht auf den Begriff? Türsteher. Jetzt. Mensch. Nicht Türwächter. Der Türsteher. Okay, da kann ich nicht runter. Aber dann gehen wir mal zum ersten Rätsel. Falls das die Rätsel sind. Ja, sieht so aus. Ui. Da ist ein roter Koopa. Was macht der denn? Kann er? Ui. Ah, okay, okay. Der fliegt immer so, wie Mario gerade steht. Nochmal rein, raus. Ah, oder raus, rein. So, fliegt hier rüber und dann hier runter. Ja, noch nicht ganz. Also, er folgt immer Mario. So, hier. Jetzt zweimal die Kurve. So, und jetzt schnell runter. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Ein Pilz und eine Schriftrolle. Hinweis des Abenteurers Indigo. Das Kennwort enthält ein N. Ein N. Okay. Dann kommt der nächste Gegner. Also, wir suchen ein Wort, in dem das Wort... Entschuldigt. In dem der Buchstabe N vorkommt. Okay. Und das hat vielleicht was mit dem Schiff zu tun. In dem Wort Schiff ist kein N drin. Naja, vielleicht brauchen wir erstmal weitere Hinweise. Was ist das denn für ein Rätsel? Hä, was macht das? Muss ich das einfach stoppen? Und jetzt? Zack. Ah, okay, okay, okay. Ah, okay. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. So, die müssen jetzt auf der richtigen Position stehen bleiben. So. So. Die bewegen sich aber schnell. Haut das hin? Ja, ja, ja. Nein. Nicht ganz. Das in der Mitte muss weiter nach links. Weil sonst kommt das nicht rüber katapultiert. Und jetzt hier. Hier muss ich natürlich auch treffen. So, jetzt vielleicht. Eins. Ja, 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 ja. Nein. Okay, das muss definitiv weiter nach links. So, Moment, Moment. Nein. Ja, vielleicht ganz knapp. So vielleicht. Ah, nein. Das war zu spät. Sonst hätte das geklappt. Der dritte. Der ist mir leider nicht ganz gelungen. So, der muss aber vor dem Schatten stehen. Ja, das war eigentlich ganz okay. Lassen wir mal so. Die Abstände müssen einigermaßen gleich sein. Boah. Schwer einzuschätzen. So. Und jetzt hier. Ah, nein. Zu knapp. Zu knapp. Zu knapp. Alles gut. Alles gut. Wir bleiben geduldig. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, meine Lieben. Nein, so nicht. Zu groß. Lassen wir mal so. Und jetzt hier. Oh, 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 oh. Mal gucken. Ja, ja, ja. Ja. Jetzt hat es funktioniert. Eine Blume und Hinweis des Abenteuers Indigo Junior. Das Kennwort ist der Name von etwas, das man im Meer finden kann. Was kann man im Meer finden und hat im Buchstaben N? Eine Muschel? Nein. Muschel hat nicht den Buchstaben N im Wort. Was gibt es noch im Meer? Fische. Oder Haie. Seealgne. Algne. Algen vielleicht. Algen. Algen. Oder? Ich bin jetzt mal bei Algen. Das ist ja ein Wort, das man, also etwas, was man im Meer findet und was im Buchstaben N hat. So, lasst uns gemeinsam jetzt rätseln. Überlegt auch mal, während ihr das Video gerade schaut. Was könnte das Lösungswort sein? Noch einmal. Ein Wort mit dem Buchstaben N. Irgendwo muss der Buchstabe N im Wort drin sein. Und es handelt sich um ein Wort. Um ein Begriff, was wir im Meer finden. Irgendwas im Wasser. So, Achtung. Wir holen uns noch den Yoshi. Damit verdoppeln wir alles. Mario ja sowieso mit seiner Froschgroschen-Erfahrungspunkten-Dingsbums. Und hier erhöhen wir mal die Kraft von Mellow. Ah ja. Und Bowser kriegt auch noch ein Level ab. Sehr schön. Das nehmen wir natürlich alles mit. Okay. Nächstes Rätsel. Der 3D-Irrgarten. Habe ich hier die Nintendo 3DS-Version? Nein, nicht vom Spiel, sondern von diesem Irrgarten. Damit ich hier vielleicht das Ganze auf 3D stellen kann. Kleiner Spaß am Rande. Nein, wie komme ich hier durch? Jetzt mal Spaß beiseite. Was muss ich hier tun? Ich weiß nicht, wo ich bin. Aha. Okay. Hallo, da bin ich. So, jetzt hier durch. Jetzt lande ich bestimmt hier. Nein, ich bin zu schnell gelaufen. Okay, nochmal von vorne. Ich wurstel mich hier ein bisschen durch und springe einfach. Bis ich irgendwann irgendwie einen Weg bekomme. So. So weit, so gut. Jetzt hier vorsichtig. Nein, ich bin abgestürzt. Ja, aber das ist ja unfair. Ich weiß ja gar nicht, wo ich da abstürze. Ah, okay, okay. Keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Aber ich habe mich irgendwie wieder nach oben gekämpft. Da ist Mario. Ja, geschafft. Sehr gut. Und? Tada. Royal Zero. Hinweis der zweiten Expedition. Das Kennwort hat zwei Silben. Okay, was sind Silben? Für alle jüngeren Zuschauer, die vielleicht das Ganze nicht wissen. Wie erkläre ich das am besten? Eine Silbe ist praktisch... Ihr könnt es euch so vorstellen. Mein Name. Ich heiße ja Thomas, wie die meisten von euch wissen. Mein Name besitzt zwei Silben. To-Mas. Ein anderes Beispiel. Banane. Wie viele Silben hat die Banane? Wir machen es einfach mal gemeinsam. Ba-na-ne. Das sind drei Silben. Oder ein anderes Wort wäre... Brokkoli. Bro-ko-li. Auch drei Silben. Probiert das mal mit eurem Namen. Wie viele Silben hat denn euer Name? Zum Beispiel Linus. Li-nus. Zwei Silben. Oder keine Ahnung. Maximilian. Um mal ein längeres Wort, einen längeren Namen zu haben. Ma-xi-mi-lian. Das sind vier Silben. Und um auf das Rätsel zurückzukommen. Unser Lösungswort hat zwei Silben. Ein Wort, wo es um das Thema Meer geht. Etwas, was im Meeresgrund liegt. Mit dem Buchstaben N drin und zwei Silben. Moment. Können wir eigentlich mit dem Typen hier reden? Grüß dich. Wiedersehen macht Freude. Aha, das ist der Verkäufer. Ah. Ja, aber der wird jetzt nichts Neues haben, oder? Nee, ganz und gar nicht. Okay. Da brauchen wir nichts. Ich gebe dir den Tipp. Das Kennwort ist der Name von kleinen Dingern, die jemand im Meer finden kann. Falls du nicht alle sechs Hinweise findest, kannst du vielleicht ein wenig raten. Viel Glück. Ja, wir waren ja bei Algen. Algen. Würde ja passen mit den zwei Silben. Aber würde man das als kleine Dinger im Meer bezeichnen? Ich weiß nicht. Was gibt es denn noch im Meer? Mit zwei Silben. Was gibt es denn noch so? Meint er vielleicht bestimmte Fische? Kleine Dinger. Aber der würde ein Lebewesen doch nicht als Ding bezeichnen, oder? Was ist denn noch? Sand. Aber Sand. Ich sah. Sand ist, glaube ich, einsilbig. Und, ähm, äh, boah. Muscheln. Perlen, oder? Perlen. Perlen. Das könnte vielleicht das Lösungswort sein. Das sind ja auch kleine Dinger, in Anführungszeichen. Die man in Muscheln finden kann. So, wir schauen mal. Wir kriegen ja noch Hinweise. Und dann gucken wir mal, ob das hinhaut. Vielleicht habt ihr ja noch ganz andere Ideen. Vielleicht seid ihr auf ganz andere Ideen gekommen. Was gibt es hier? Ui. Wir folgen einer Münzenschlange. Okay, interessant. Kriegen wir dann was, wenn wir alle Münzen eingesammelt haben? Boing, boing. So, so. Und die hier. Geschafft. Und, ja, das war das Rätsel. Hinweis des Suchtrupps Onyx. Das Kennwort ist der Name von etwas, das sehr hohen Wert hat. Das wäre noch mal die Bestätigung für die Perle. Denn Perlen sind sehr wertvoll. So, Strohkopf ist der starke Feind hier. Gucken wir mal, ob das hinhaut. Gino Discos. Gino Discos. Piu. Oh, aber das ist auch schwer zu timen, muss ich sagen. So, Furchteinflößer auf alle Gegner. Natürlich. Da kommt ein riesen Bubu. Der riesige Bubu, der passt ja auch hervorragend in dieses Setting hier rein. Hier zum Schiffswrack und zu den Gegnern. So, Strohkopf, Schnitter. Schnitter, der leckere Snack für zwischendurch. Und, nein. Oh, was für ein komischer Angriff, wie er die Arme langzieht. So, jetzt noch mal mit Gino. Au, 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 au. Und noch mal Furchteinflößer, um alle Gegner treffen zu können. Das sind so Momente, da bräuchte... Oh, eigentlich hätten wir Mellow ins Team nehmen müssen. Wisst ihr warum? Mellow hat doch mit seiner Elektrofähigkeit einen Vorteil gegenüber Wassergegnern. Sind das Wassergegner? Das sind eher so Geister, oder? So, was ist hier zu tun? Hä? Wie komme ich denn da? Hä? Okay, was ist hier zu tun? Keine Ahnung. Ich kann hier... Ich kann nur einmal schießen, dann ist die Sache gegessen. Kann ich die Kugel irgendwie mit dem Kopf nach oben stoßen? Aber nach oben komme ich sonst nicht. Oh, das geht, das geht. Wow, wow. Timing, timing, timing. Jo, sehr gut. Direkt gemeistert. Pilze erhalten und... Hinweis des vierten Fahndungstrupps. Das Kennwort ist eine Mehrzahl. Also, es wird im Plural geschrieben. Also, in dem Fall, wenn wir jetzt bei dem Wort Perle bleiben, ist es nicht eine Perle, sondern es sind zwei Perlen. Zwei Perlen. Hat den Buchstaben N. Finden wir am Meeresbunden. Sind kleine Dinger. Ist wertvoll. Ähm... Und hat zwei Silben. Perlen. Perlen. Also, heute haben wir einiges gelernt. Über Silben. Und auch, ähm... Ein bisschen zusammen gerätselt, wenn man so möchte. Aber schauen wir mal. Einen Hinweis bekommen wir ja noch, oder? Oder habe ich jetzt alle? Ich habe mich, glaube ich, verzählt. Einen... Ne, ne, Quatsch. Es geht jetzt weiter. Wir haben alle Hinweise. Okay. Muss ich die jetzt hier eingeben, oder wie, oder was? Was sind das für Knöpfe? Knöpfe, die einfach mal gar nichts bringen. Na gut, weiter geht's. Ui. Oh, was war das? Kann ich hier was... Ah, okay, okay. Hier kann ich das alles eingeben. Kennst du das Kennwort? Dann gib die sechs Buchstaben ein. Ja, nochmal eine Bestätigung. Das Wort Perlen hat sechs Buchstaben. P. E. Upsala. R. L. E. Und N. Genau, das ist schon eingestellt. Was passiert? Gar nichts. Na super, was muss ich denn jetzt tun? Raus. Auf die Schalter drücken. Hä? Oh, jetzt muss ich es nochmal eintippen. Ihr wollt mich doch ärgern. Nochmal. P. E. R. L. E. Und N. Genau. Und jetzt? Vielleicht die Tür... Prüfen. Deine Eingabe lautet Perlen. War richtig. Gut gemacht. Der Weg ist frei. Doch erst musst du an mir vorbei. Oh, oh. Wer war das? Das, meine Lieben, erfahren. Wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Tippt auf dieses Video. Das wird euch zum Schmunzeln bringen. Denn da geht es um Pokémon-Karten. Bleibt katztastisch. Mäu.